hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten part wieder fünf booster am start fangen wir einfach wieder direkt an und hoffen auf was gut ist dann haben wir in dem booster drin aguerro dann wie heißt er erst mal scharf stellen mclinchay dann kandreva sanchez dann golking morata und niemand von schweden dann haben wir wie heißt er aradzuri dann allen payet dann kovacic dann grichowiak und noch mal dann die albis also zwei power karten ein booster richtig richtig cool im nächsten booster haben wir drin lalana dann stieber hoban jacquiri dann game changer neymar junior und patricio der europameister und im nächsten pack haben wir drin wie heißt er heuberg dann bagger walker gerard dann lukaku und noch mal der lialli wieder zwei power karten richtig richtig cool und der letzte booster da haben wir drin von den schweden kraft dann fellaini dost hier dann als power karte fans favorite wood und moi so das war der zweite part wenn er euch gefallen hat das noch um da und bis zum nächsten mal ciao